Hi, heute möchte ich dir eine meiner ersten Programmteilnehmerinnen vorstellen, die wunderbare Miri, deren Weg ich tatsächlich von Anfang an verfolgt habe. Und was ich so schön fand, vor diesem Dreh jetzt hier zu diesem Video haben wir uns unterhalten und ich habe gefragt, sag mal Miri, wie lange bist du jetzt genau nüchtern? Und sie so, ja, drei Jahre. Also ungefähr so lange wie du, als ich dein Programm gestartet habe. Und ich dachte mir so, ey, stimmt, weil im Oktober 2019, als ich mit OAMN angefangen habe, da war ich ja drei Jahre nüchtern. Und da sagte Miri dann so, wow, das erschien mir damals so weit weg, drei Jahre und jetzt bin ich selbst da und feiere Dreijähriges. Und wie das bei ihr lief, ich freue mich so sehr, das hörst du jetzt. Viel Freude. Ich bin die Miriam, ich lebe in Kassel und ich arbeite als Field Marketing Managerin bei einer biopharmazeutischen Zulieferer-Firma. Wie ist Alkohol für dich zum Problem geworden? Ich bin der Meinung, dass es ein ganz, ganz schleichender Prozess war. Ich bin groß geworden in einem Elternhaus, wo Alkohol dahingehend keine Rolle gespielt hat, weil mein Vater damals noch Anti-Alkoholiker war und bei uns im Haus es null Alkohol gab. Also so sind wir groß geworden, so bin ich groß geworden und es war uns nicht mal erlaubt. Weiß ich nicht, meine Oma wollte gerne immer mal ein bisschen Eierlikör aus Vanilleeis träufeln und selbst das war bei uns eben nicht erlaubt. Meine Eltern haben sich dann scheiden lassen, als ich 14 Jahre alt war. Und das war so kurz nach meiner Konfirmation. Und in dem Alter dann von 15 Jahren habe ich die ersten Berührungen mit Alkohol gehabt. Ich denke, so in dem Alter, ja, probiert man viel aus, man möchte dazugehören, man möchte so das erste Mal das Partyleben miterleben und da gehörte Alkohol einfach mit dazu. Man trank Alkohol, so wurde mir das suggeriert. Ich merkte relativ schnell, dass das Alkohol mir gefiel, dass ich den Rausch toll fand. Also so wirklich dieses Benebeltsein. Ich trank, glaube ich, von Anfang an nie des Genusses wegen, sondern des Rausches wegen. Und so, ja, hat sich da auch so eine Gewohnheit eingeschlichen. Also relativ schnell war klar, am Wochenende trinkt man Alkohol. Man trinkt am Freitag, man trinkt am Samstag. Und das war anfangs, glaube ich, auch noch in einem Level, was einigermaßen erträglich oder was einigermaßen okay war. Relativ schnell merkte ich, dass die Menge an Alkohol zunahm, um diesen Rausch letztendlich hervorzurufen. Und ich trank bis zum Kontrollverlust. Also immer, wenn ich Alkohol getrunken habe, habe ich nicht mehr aufhören können. Das war von Anfang an, glaube ich, wirklich mein Problem. Sobald ich das erste Glas trank, folgten 15, 20 weitere Gläser. Und das kontinuierlich am Freitag und am Samstag. Unter der Woche habe ich anfangs relativ wenig bis gar nicht getrunken. Klar, es gab da mal so Ausnahmen. Man hat mal gegrillt. Es gab mal ein Fußballspiel. Dann hatte man doch auch einen Grund, Alkohol zu trinken. Und so schlichen sich, glaube ich, einfach über die Zeit mehr Gewohnheiten ein. Wie hast du getrunken? Ich habe mich dann beruflich verändert und bin in den Vertrieb gegangen. Und durch die Veränderung im Beruf bin ich nach München gezogen und habe dort alleine gelebt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich kurzzeitig mich von meinem jetzigen Mann, meinem damaligen Freund getrennt habe. Da gab es öfters mal diese On und Offs, die sicherlich auch so ein bisschen dem Alkohol verschuldet waren. Wir haben uns öfters mal in die Haare bekommen. Mir wurde öfter schon mal suggeriert, trink mal weniger Alkohol. Finde mal den Abschluss. Du hast schon genügend Wein getrunken. Ein Glas Wasser würde dir jetzt gut stehen. Und das waren Worte, die ich nie hören wollte. Für mich gab es eben nie das genug. Es musste immer noch mehr sein. Und ja, da waren wir wieder so an einem Punkt angekommen, wo wir uns räumlich getrennt haben. Ich bin deshalb nach München gezogen und in den Vertrieb eingestiegen. Und in dem Vertrieb habe ich ja noch mehr Berührung letztendlich zum Alkohol bekommen. Da hat man dieses kultivierte Glas Wein bei Sales-Meetings getrunken, nach einem erfolgreich abgeschlossenen Kundenprojekt. Und dieses kultivierte Glas Wein trinken, das kam dann eben auch häufiger mal unter der Woche vor. Sodass aus dieser Regelmäßigkeit, ich trinke nur Alkohol an Wochenenden und im Urlaub, sich auch Tage eingeschlichen haben unter der Woche. Und ich bin der Meinung, dass wenn sich mehr Gewohnheiten dadurch bilden, dass man öfters Alkohol trinkt, dann wird das mit der Zeit zur Sucht. Und so ist es, glaube ich, ein absolut schleichender Prozess gewesen von ich trinke mal und ich trinke mal am Wochenende zu, naja, so ein Glas am Dienstag und ein Glas am Donnerstag. Wobei es ja nie bei einem Glas blieb. Also das hat man sich dann vielleicht vorgenommen, aber brauche ich mir nichts vormachen, habe ich das erste Glas getrunken, habe ich meist zwei, drei Flaschen Wein dann tatsächlich getrunken. Und diese Zeit, wenn ich daran zurückdenke, in München, vermutlich kam da auch so eine Einsamkeit in mir auf, die ich nicht wirklich aushalten konnte. Und auch die Zeit mit mir selbst, die war schwierig für mich. Und der Alkohol hat mir da ein Stück weit geholfen, diese Gefühle nicht zu fühlen, diese Einsamkeit nicht wahrzunehmen und sich mit dem Alkohol zu betäuben. Und wenn man dann zu Hause alleine sitzt und zum Alkohol greift und merkt, man braucht den, um mit seinem Leben klarzukommen, beziehungsweise ja, versucht den Alkohol wegzulassen den nächsten Tag, weil man sich sagt, morgen trinke ich mal nichts, gestern hast du schon wieder zu viel getrunken und das aber nicht schafft und seine eigenen Versprechungen immer wieder und immer wieder bricht. Dann spätestens war mir klar, ja, Alkohol ist für mich zum Problem geworden. Was war deine krasseste Situation mit Alkohol? Ja, ich glaube, dass es da ganz, ganz viele Situationen gibt, für die ich mich damals geschämt habe. Ich habe allerdings gelernt, die Scham abzulegen und gelernt, die Zeit, in der ich noch Alkohol getrunken habe, komplett zu akzeptieren. Die ist Teil von mir und ich glaube auch nur, weil ich damals getrunken habe, bin ich heute so, wie ich bin. Das vorab, aber schambehaftet ist sicherlich noch eine Situation, an die ich mich ganz klar erinnern kann. Das war kurz bevor ich nüchtern wurde, im Sommer 2019. Da war ein Volks- und beziehungsweise Wasserfest bei uns in Kassel, welches wir in einer großen Gruppe mit Freunden und Verwandten besucht haben. Dort wurde relativ viel Alkohol getrunken. Wir saßen gemütlich zusammen, viele Weingläser, viele Longdrinks gingen über den Tisch und mein Freund, mein jetziger Mann, hat mir damals einen Heiratsantrag gemacht. Und zwar sind wir mit zwei, drei Freunden, meine Mutter war auch dabei, in das Riesenrad eingestiegen, in eine Gondel. Und mein Freund hatte damals den Riesenradbetreiber zuvor gefragt, ob er denn dann vorher oben einmal anhalten könnte, weil er mir doch einen Heiratsantrag machen möchte. Und das hat er dann auch gemacht, in dieser Gondel da oben, mit meiner Mutter zusammen, mit ein paar Freunden und ich habe auch Ja gesagt. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, wo ich schon so viel Alkohol getrunken habe, dass ich mich den nächsten Morgen eigentlich kaum mehr daran erinnern konnte. Ich bin also den nächsten Morgen wach geworden, habe als erstes mein Handy gezückt, WhatsApp-Status, WhatsApp-Nachrichten gecheckt und sah ein Video, welches meine Mutter mir zukommen lassen hat, über diese Fahrt in der Gondel. Und da habe ich so einen Schrecken gekriegt, weil auch erst dadurch ich mich ganz, ganz dunkel erinnern konnte. Ich dachte, ah ja, da war ja was. Wir sind gestern Gondel gefahren und ich habe einen Heiratsantrag bekommen und womöglich, ja doch, ja, ich kann mich daran erinnern, so ganz, ganz dunkel. Ich habe Ja gesagt. Oh mein Gott. Und dann ging so der tägliche oder der dann tägliche Ablauf vor sich, wenn ich den Tag zuvor getrunken habe. Der Check, okay, deine Klamotten, die liegen schön säuberlich im Schrank, habe dann aber allerdings festgestellt, dass meine Hose komplett eingesaut war. Also muss ich wohl irgendwie mich auf die Schnauze gelegt haben, bin irgendein Rasenhügel, Wiesenhügel runtergeputzelt. Dann der weitere Check ist mein Portemonnaie in der Tasche und auch da musste ich feststellen, nee, mein Portemonnaie war nicht auffindbar. Ich bin dann raus vor die Tür und denke, womöglich ist es dir da vielleicht rausgefallen bei der Bezahlung des Taxifahrers, war nichts zu sehen. Dann den Briefkasten gecheckt und da war Post von der Polizei drin. Ja, wir haben ihr Portemonnaie gefunden, das wurde bei dem Polizeirevier abgegeben. Also da hatte ich ein Schlamassel, habe dann auch noch ein paar Stunden extra gewartet, bis ich mein Portemonnaie bei dem Revier abgeholt habe, weil ich dachte, okay, der Alkoholpegel, der wird noch so hoch sein, da sollte ich lieber nicht bei der Polizei auflaufen. Und ja, das ist so traurig, dieses Erlebnis. Also überlegt mal, man bekommt einen Heiratsantrag, auf dem man womöglich auch schon Jahre wartet und dann wacht man den nächsten Morgen auf und kann sich nicht mehr daran erinnern. Also wie schlimm ist das? Ja, das war, das ist sicherlich ein Erlebnis, was mir im Gedächtnis bleibt, wo ich mich damals sehr, sehr viel geschämt habe und wo ich heute eigentlich noch traurig drüber bin, weil das ein Moment gewesen wäre, den ich gerne sehr bewusst wahrgenommen hätte. Und diesen Moment habe ich mir einfach dadurch genommen, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe. Und ja, wir haben uns dann beide auch die Frage gestellt, inwieweit gilt denn jetzt dieser Heiratsantrag oder inwieweit kann man von Unzurechnungsfähigkeit sprechen, weil man einen gewissen Promillegehalt erreicht hat. Ja. Ich spürte, ich spürte immer einen Drang in mir, eine Unruhe, eine Rastlosigkeit. Ich war immer getrieben von irgendetwas. Ich habe nie Fuß fassen können und bin so auch immer aus Situationen geflüchtet, die mir eigentlich gut tan, die mir dann aber auch wieder, weiß ich nicht, doch nicht gut tan, weil sie zu eng wurden. Deshalb habe ich auch meinen Mann, den ich über alles liebe, in den 18 Jahren zwei, dreimal verlassen, weil ich immer auf der Suche nach irgendwas war, weil ich diese Nähe nicht mehr aushalten konnte, weil ich dachte, es fehlt noch irgendwas in meinem Leben. Ich bin noch nicht angekommen und ich suche noch nach irgendetwas, was ich aber nicht greifen konnte, was es ist. Und habe dann, wie gesagt, meinen Mann verlassen, den ich eigentlich liebte, dachte, dass ich glücklicher bin, war dann aber eigentlich unglücklicher und habe mich auch Hals über Kopf in andere Männer kurzzeitig verliebt, wo ich dachte, das ist jetzt die große Liebe und das ist jetzt das, wonach du dich immer gesehnt hast. Und konnte aber trotzdem diese Sehnsucht, die da anscheinend in mir aufgekommen ist, nicht stillen. Warum wolltest du aufhören zu trinken? Ich wollte aufhören zu trinken, weil ich merkte, dass Alkohol mir nicht gut tut, weil ich merkte, dass ich mich in einer Abwärtsspirale bewegte. Ich wollte aufhören, Alkohol zu trinken, weil es immer mehr wurde und weil mir bewusst war, dass wenn ich das jetzt nicht irgendwann angehe und komplett stoppe, dass das noch mehr verrutschen kann und vermutlich wird, als es eh schon ist. Und dem einen Riegel vorschieben, das wollte ich. Ich wusste zwar nicht, wie ich das anstellen soll, aber ich konnte es nicht ertragen, mir selbstständig wieder zu widersprechen, weil ich mir Versprechungen machte, die ich selbst immer wieder gebrochen habe und mir somit dermaßen selbst untreu war, dass ich damit nicht mehr leben konnte. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als sich selbst nicht trauen zu können, weil wenn man sich selbst nicht trauen kann, dann hat man Schwierigkeiten, dem Leben zu vertrauen und seinen Mitmenschen zu vertrauen. Wann hast du den Entschluss gefasst, ganz aufzuhören? Der war nicht geplant. Das war wirklich ein Tag wie jeder andere, würde ich mal fast meinen. Es war klar, es war wieder einer der besagten Tage, wo ich zuvor zu viel getrunken habe. Auch da wieder so ein bisschen im Clinch mit meinem damaligen Freund. Und so sehr im Clinch, dass ich unsere damalige Wohnung verlassen hatte und in derselben Stadt einfach in einem Hotelzimmer übernachtet habe. Und da bin ich von heute auf morgen, habe meine Tasche gepackt, bin da hingefahren, habe auf dem Weg ins Hotel mich noch mit Alkohol versorgt. Ich habe also Weinflaschen und Wasserflaschen gekauft und habe dann auch schon im Auto auf der Fahrt ins Hotel meine Weißweinschorle aus einer Wasserflasche getrunken. Und sah dann schon von der Ferne, so eigentlich nur noch 100 Meter von dem Hotel entfernt, da stand die Polizei. Die hat mich tatsächlich rausgewunken. Ich dachte, oh meine Güte, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja schon Alkohol getrunken, die werden ja meine Fahne riechen. Und da hielten die mich an und sagten, ja, sie wissen schon, was sie falsch gemacht haben. Ich sage, mal kurz in mich gehen. Ja, was habe ich falsch gemacht? Ich bin da vorne falsch abgebogen. Ja, ich hätte gerade ausfahren dürfen, bin aber links abgebogen. Das kostet jetzt 20 Euro. Wollen Sie gleich bezahlen oder möchten Sie, dass wir Ihre Personalien aufnehmen? Ich zahle gleich. Und mehr ist auch tatsächlich nicht passiert. Ich bin dann die 100 Meter noch weiter zum Hotel gefahren. Da erst mal durchgeatmet, durchgeschnauft und dachte, das war in dem Fall gescheiter. Bloß nicht die Personalien noch austauschen, weil ich dachte, schnell weg hier. Nachher riechen die noch meine Fahne. Also lieber gleich den 20-Euro-Schein aus dem Fenster herausreichen. Und ja, somit ist das echt gut gegangen. Das war aber so die erste Erfahrung mit der Polizei unter leichtem Alkoholeinfluss. Ja, und dann bin ich in einem Hotel angekommen und habe dann ein bisschen noch, das war unter der Woche, angefangen zu arbeiten. Und habe dann den Rechner geschlossen und das war so der typische Tag dann im Hotelzimmer, so wie ich das auch von meinen Dienstreisen her kannte, dass ich dann da saß und genüsslich mein Glas Wein getrunken habe. Also das waren dann sicherlich, was wir ja nicht da eingekauft haben, zwei, drei Flaschen Wein sicherlich, die ich dann alleine da auf diesem Hotelzimmer getrunken habe. Und mir ging es so grottig. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich hatte mich mit meinem Freund, wie gesagt, ja verstritten gehabt. Ich fühlte mich wieder einsam. Der Alkohol hat es nicht besser gemacht. Der hat das dann in dem Moment betäubt. Aber ja, der nächste Morgen brach an. Ich wurde wach. Ich hatte einen Schädel. Mir ging es dreckig. Blackouts, die häuften sich sowieso in letzter Zeit oder in der letzten Zeit, wo ich Alkohol getrunken habe, habe ich auch immer mehr und mehr festgestellt, dass die Blackouts einfach mehr wurden. Egal, wie viel ich getrunken habe, das konnten auch manchmal nur kleinere Mengen sein. Die Blackouts wurden einfach mehr, wo ich auch schon dachte, mein Gott, was machst du eigentlich und was richtest du irgendwie deinen Gehirnzellen an? Und so wurde ich wach und telefonierte mit einer Freundin. Die rief mich an und sagte, du Miriam, ich habe da gerade bei drei nach neun die Nathalie gesehen, so heißt die. Das ist ein Mädel, die ist, glaube ich, so in unserem Alter und die, weiß was, die hat irgendwie, die hat auch ein Alkoholproblem. Aber die, eigentlich trinkt die so wie wir, die hat gar nicht täglich getrunken. Aber wenn die getrunken hat, dann irgendwie wohl richtig. Und das ist so ein super sympathischer Auftritt. Schau dir das mal an. Und da dachte ich, das klingt interessant und das kommt irgendwie mir gerade so gelegen, weil es einfach so leid war, schon wieder diesen Morgen zu erleben, nachdem ich abends alleine Mengen an Alkohol konsumiert habe und meine Gefühle doch irgendwie nicht betäuben konnte, weil einen das ja den nächsten Morgen alles dermaßen wieder eingeholt hat. Dass ich sofort nach dem Telefonat danach gegoogelt habe, habe mir diese Aufzeichnung angeschaut, habe drüber nachgedacht, ausgecheckt, bin nach Hause gefahren, habe mich aufs Sofa gesetzt und habe weiter recherchiert und bin so auf das 30-Tage-Programm von der Nathalie gestoßen, nicht lange gezuckt. Ich habe das gebucht und von dem Moment an war für mich klar, ja, das probiere ich, das muss klappen. Heute ist Tag 1, heute trinke ich keinen Alkohol. Und das war am 16.10.2019. Ja, und seitdem bin ich nüchtern. Seitdem trinke ich keinen Schluck Alkohol mehr und fühle mich so gut. Und ja, ich hätte das nie für möglich gehalten, dass das möglich ist, aber es funktioniert. Also ich habe keinen Tag daran gezweifelt, dass das nicht klappt und habe dieses 30-Tage-Programm durchgezogen. Und das hat für mich, das hat für mich super funktioniert. Ich habe das einfach stur durchgezogen und das hat mich tatsächlich dazu gebracht, dass ich, dass ich jetzt fast drei Jahre nüchtern bin. Was fällt dir leicht? Das, das mag blöd klingen, aber keinen Alkohol zu trinken, das war, das war leichter, als ich dachte. Ich habe einfach, ich habe einfach keinen Alkohol mehr getrunken und ja, auch wenn ich sicherlich vor diesem 30-Tage-Programm schon immer mal mit dem Gedanken gespielt habe, du musst aufhören zu trinken und auch Versuche gestartet habe, keinen Alkohol mehr zu trinken. Aber eher auf die Art und Weise, ich versuche kontrolliert zu trinken und das ist halt immer gescheitert, das hat nicht funktioniert. Und das Nicht-Trinken, das hat für mich funktioniert, weil eben von einem Glas, was man sich vornimmt, immer 15, 20 weitere Gläser folgten. Aber erst gar nicht anzufangen, Alkohol zu trinken, das war, das war einfach das, 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 ja, das war der Schlüssel für mich. Fällt dir noch etwas schwer? Also so ab und an macht mir diese Endgültigkeit so ein bisschen Angst. Wenn ich mir vorstelle, wie jetzt echt, nie wieder in deinem Leben Alkohol, dann, dann, boah, dann schüttelt es mich kurz und dann denke ich so, das kann doch nicht wahr sein. Also, und dann, dann spinnt man das so kurz weiter, war es jetzt wirklich so schlimm? Also, du kannst nie wieder mal so ein Glas Wein trinken? Und damit hadere ich tatsächlich nur noch ganz, ganz selten. Aber wenn, wenn so dieser Gedanke aufkommt, dass ich denke, irgendwann vielleicht dann doch mal wieder, nee, dann, dann erinnere ich mich, dann erinnere ich mich daran, wie schlimm das war. Dann läuft tatsächlich in mir dieser Film ab, dann spiele ich das durch, okay, bei dem Glas wird es nicht bleiben, ich habe dann zwei, drei Flaschen getrunken, ich habe dann Kopfweh, mir geht schlecht, ich habe Blackouts, ich weiß nicht irgendwo, wie ich nach Hause gekommen bin, mir ist übel, ich bereue es, ich bin wieder schambehaftet den nächsten Morgen. Und wenn ich das so durchspiele, was übrigens auch eine der Techniken aus Nathalies Toolbox ist, die sich Split Screen nennt, dann hilft mir das enorm, diesen Gedanken so schnell wieder beiseite zu schieben, dass das eigentlich, ja, innerhalb von zwei Minuten wieder gegessen ist. Und ja, never question the decision. Und das ist tatsächlich so. Also ich weiß, weshalb ich aufgehört habe und dem bleibe ich auch treu. Was sind deine größten Aha-Erlebnisse? Dass das eigentlich nicht ich war, die da so getrieben wurde und ich wusste, wo sie hingehört, sondern dass das der Alkohol aus mir gemacht hat. Und dass ich schon jetzt ohne Alkohol weiß, wo ich hingehöre, nämlich an die Seite meines Mannes und dass ich da mich geborgen und aufgehoben fühle. Und dass der Alkohol letztendlich schuld daran war, dass ich, oder sagen wir mal so, dass der Alkohol mir suggeriert hat, ich sei noch auf der Suche nach irgendetwas. Und dem, dem ist eigentlich nicht so. Wobei natürlich auch noch weitere Aha-Erlebnisse jetzt über die letzten Jahre sich aufbauen. Ich glaube, der Startschuss tatsächlich war wirklich und ganz, ganz wichtig für mein weiteres Leben war, diesen Weg eingeschlagen zu sein, kein Alkohol mehr zu trinken. Aber dass das erst der Beginn der Reise zu mir selbst ist, das konnte ich vor diesen drei Jahren so noch überhaupt gar nicht sehen. Und das ist so, so wunderschön, dass ich selbst jetzt erst dadurch, dass ich nüchtern bin, die Möglichkeit habe, mich selbst kennenzulernen und Dinge anzugehen, Dinge zu machen oder ja, Dinge anzugehen, wo ich vorher nie dran geglaubt habe, wo ich vorher nie dran gedacht habe. Was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, dass es eine endlos lange Reise ist und dass man nie aufhört, neue Dinge an sich zu entdecken. Dass es eine spannende Reise ist und dass wirklich dieser Schlüssel der Abstinenz das Wichtigste war, um mich jetzt weiter weiterzuentwickeln und weiter in Kontakt überhaupt mit mir zu gelangen und mich zu verstehen. Und da bin ich einfach so gespannt, was noch alles an Aha-Erlebnissen auf mich zukommen wird. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Versucht es einfach. Also wenn mir jemand vorher gesagt hätte, wie schön das Leben ohne Alkohol ist, ich hätte mir gewünscht, dass ich das früher erfahren hätte. Denn es ist weder langweilig, noch ist es irgendwie unattraktiv. Ganz im Gegenteil. Es lohnt sich einfach, es mal auszuprobieren. Wenn man das Gefühl hat, der Alkohol tut mir nicht gut, versucht ihn einfach mal wegzulassen. Und wenn das anfangs für euch so völlig absurd klingt, dann versucht euch vielleicht so kleine Ziele zu stecken. Das muss ja nicht immer diese Endgültigkeit von vornherein sein. Man kann ja anfangen und sagen, man trinkt nur die nächsten 30 Tage nichts. Oder die nächsten fünf Monate, sechs Monate. All das, was für euch als Ziel realistisch klingt. Und wenn das allein, wenn die 30 Tage zu lang klingen und zu unerreichbar, dann kann man die Ziele noch kleiner stecken. Dann fangt mit nur heute nicht an. Nur heute trinke ich nichts. Und schaut, wie es euch geht. Gibt euch die Chance, euch neu zu entdecken und euch auch die Möglichkeit, Dinge an euch zu verändern. Und das funktioniert nur, wenn man an sich glaubt, aber auch, wenn man am Ball bleibt. Also nicht aufgeben, es immer wieder neu versuchen, sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich Gleichgesinnte suchen. Ja, und wenn man, wenn man in die, so in die Community eintaucht und sich Verbündete sucht, dann, dann hilft das auch enorm. Denn es zeigt einem auf, dass, dass man nicht alleine mit dem Problem dasteht. Und dass man, dass es, dass es da draußen in der Welt ganz, ganz viele Menschen gibt, die dasselbe Problem haben. Und die, die dasselbe erlebt haben und dasselbe durchmachen, wie man, wie man selbst gerade. Und diese, diese Verbundenheit, die hilft einfach, diese Meilensteine auf dem Weg in die Abstinenz zu meistern. Denn, ja, zusammen, zusammen ist man immer stärker als, als alleine. Oder zusammen ist es einfacher als manchmal alleine. Wem, wem, wem das hilft, dem kann ich nur den Tipp geben, schaut, 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 an wen ihr euch da vielleicht noch zusätzlich wenden könnt, der euch da auf eurem Weg unterstützt. Ich begleite dich wirklich, wirklich gern auf deinem Weg in ein zufriedenes, nüchternes Leben. Und wenn du jetzt denkst, hm, vielleicht ist dieses 30-Tage-Programm auch was für mich. Oder wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, es dir zu gönnen. Das Programm ist wirklich gut und die Community, also die Gruppe, zu der du dadurch Zugang bekommst, die ist wirklich einfach großartig. Miri ist auch dabei. Gib ihr für diesen mutigen Auftritt unbedingt einen Daumen hoch. Und falls du dich für meine Programme interessierst, schau mal in der Videobeschreibung oder klick direkt hier oben auf den Link. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles erdenklich Liebe und sag bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.